Dateien eines unbekannten Typs öffnen Dateien mit unbekannten Endungen lassen sich nicht öffnen, wenn sie keiner Anwendung zugeordnet sind. Wenn Sie jedoch wissen, dass beispielsweise LG-Dateien Log-Dateien sind, die An-Sie-Zeichen-Code enthalten, verknüpfen Sie diese Dateien einfach mit dem Editor. Machen Sie einen Doppelklick auf die Datei und wählen Sie Programm aus der Liste installierte Programme auswählen. Wählen Sie die geeignete Anwendung aus, zum Beispiel den Editor. Wenn Sie solche Anwendungen in Zukunft öfter öffnen müssen, aktivieren Sie die Option Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen und bestätigen Sie anschließend mit OK. Die Datei wird nun in den Editor geladen. Ab nun genügt ein Doppelklick auf eine LG-Datei, um sie mit dem Editor zu öffnen.